. 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 Wir haben von der Stadt schon längst studiert, konnte man die Anlage dorthin dringend als Englisch. Die sind zum Schluss gekommen. Das ist eigentlich nicht vertretbar vom Aufwand her. Es ist auch nicht machbar vom Raumangebot her, wenn wir hier auf dem Stadt Drittburg haben. Grundsatzentscheidung kommt ein paar Jahre, dass wir einen Neubau realisieren, und zwar eben nicht am alten Standort, sondern hier aussen. Nicht am alten Standort, weil der Neubau hier den Vorteil hat, dass man nachher aus dem Übergang machen kann, betreiben, abstellen, die neue Anlage in den Betrieb nehmen. Und jetzt auf drei Kötter, die hier so etwas gegen den Führer schießen. Jawohl. Vielleicht nicht ganz ganz bis zu mir, aber das wäre noch cool. Gut. Eins, zwei, drei. Ja, wunderbar. Da, 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 Vielen Dank.